Hallo ihr Lieben, mein Name ist Susanne Hün, ich bin Autorin von sehr, sehr vielen Büchern über das innere Kind, über das Frausein, über Engel, über Channeling, über alles, was mich so bewegt und es ist eine ganze Menge. Ich bin Fische, Aszendent Krebs, das heißt die Gefühle, die Emotionen, der innere Raum, die Weiblichkeit und die Spiritualität sind so die Themen, die mich am allermeisten berühren und interessieren und für die ich auch angetreten bin. Vor allem bin ich hier angetreten für die neue Energie, für das sogenannte 5D. 5D bedeutet, wir sind im Kontakt mit uns, wir agieren nicht mehr aus dem Zustand der Getrenntheit von uns heraus, sondern aus dem Zustand des Bewusstseins, ich bin eins mit mir, ich bin eins mit meiner Seele, ich bin sowohl geistiges, spirituelles, als auch physisches, menschliches, fühlendes Wesen. Ich bin eins mit allem, was ich bin. Das ist eine ganz neue Erfahrung und das ist die Erfahrung, nach der wir uns schon so lange gesehnt haben und in dieser Eigenschaft als spirituelles, fühlendes, menschliches, weibliches Wesen, ja, gebe ich hier immer Impulse rein, so wie es mich gerade ruft. Manchmal ruft es mich laut und deutlich intensiv, manchmal ruft es mich weniger, im Moment ruft es mich weniger oder anders gesagt. Es ruft mich schon, ich kann aber gerade nicht viel sagen. Ich habe kein Thema, wie jetzt, was weiß ich, aufräumen oder Minimalismus oder schminken oder wie man sich am besten anzieht oder wie man nicht so aussieht, wie alt man ist. Ich habe nicht diese Themen, wo man sagt, ja, da will ich was lernen, ich will mich optimieren, ich will mich verbessern. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr um Lernen, um Optimieren, um Verbessern. Im Gegenteil, es geht darum, sich zurückzulehnen und einfach mal zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich noch alles, wenn ich aufhöre, mich so anzustrengen. Denn möglicherweise ist es auch meinem Alter geschuldet, ja, das hinterfrage ich schon auch. Ich werde nächstes Jahr 60, ja, das ist so, wow, ja, finde ich sehr beeindruckend als Zahl. 60, finde ich schon krass. Und kann schon sein, dass da so langsam auch ein bisschen greift, naja, ich habe jetzt eigentlich auch ganz schön schon abgeliefert, ich habe wirklich unglaublich viel schon gemacht, will ich wirklich nochmal ein neues irgendwie Fass aufmachen? Und die Antwort ist ja und nein zugleich. Ja, unbedingt, wenn es cool ist, wenn es neu ist, wenn es mich interessiert. Und nein, wenn es anstrengend wird, wenn es mit vielen Marketing zu tun hat, mit viel Reisen zu tun hat. Ich liebe mein Zuhause, ich will überhaupt nicht mehr weg von hier, ja. Ich bin Astendentkrebs, was soll ich denn noch in der Welt? Du weißt, was ich meine, hoffe ich. Hoffe ich. Weil ich aber unbedingt mit euch in Kontakt sein möchte. Also, einfach so, ich möchte euch gern von mir erzählen. Ich möchte, dass ihr spürt, wo stehe ich denn gerade? Ich schreibe gerade ein neues Buch, das macht mir unglaublich Spaß für den Schirner Verlag. Und das ist ein Buch, da geht es ums innere Kind, aber jetzt eben mal nicht um das innere verletzte Kind. Mir war das immer wahnsinnig wichtig, über das verletzte Kind zu schreiben. Und ich habe häufig gehört, naja, schreib doch mal über das Positive, Schöne, die Steffi Stahl, würde es das Sonnenkind nennen. Dann sage ich immer, naja, aber das positive, glückliche Kind, das macht uns keine Schwierigkeiten. Und meine Aufgabe bislang war es, Mama, Papa für das eigene innere Kind zu werden, zu lernen, sich wirklich um sich zu kümmern, voller Mitgefühl, voller Liebe. Voller Selbstfürsorge. Und wenn man allzu sehr auf das glückliche innere Kind schaut, so meine Sorge und meine Erfahrung ehrlich gesagt auch, dann kann es passieren, dass man das verletzte innere Kind so abtut, nur so, nein, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf das Positive. Großartig, mach das. Ich will dich davon nicht abbringen. Ich meine damit nur, in meiner Wahrheit, in meiner Arbeit, in meiner Berufung, wenn ich mich nur auf das Positive fokussiere, kann es dazu führen, dass das Unbeliebte, da wo es wehtut, noch tiefer in den Schatten rutscht. Das Positive löscht nicht automatisch das Negative, weil das in völlig verschiedenen Gehirnregionen stattfindet und zum Teil das Negative schmerzlicher auch gar nicht berührt. Damit es berührt wird, müssen wir es nämlich fühlen. Das liegt ganz einfach daran, weil in unserem Gehirn im sogenannten limbischen System links und rechts jeweils eine Amygdala existiert, das ist der sogenannte Mandelkern, da sind die Trigger gespeichert. Und diese Trigger löschen sich nur durch eine positive emotionale Erfahrung. Man kann durchaus durch positive Gedanken auch das sogenannte Emotionalhirn erreichen, aber nur marginal. Also nicht so, dass es wirklich, wirklich, wirklich gelöscht wird. Dazu braucht es eine positive, neue, emotionale Erfahrung. Und dem habe ich mich in sehr, sehr vielen Büchern gewidmet, in vielen Kartendecks gewidmet, in vielen Meditationen gewidmet, auch hier bei YouTube. Sorry, ich habe gerade schon ganz viel gequatscht. Moment, 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 Moment. Du musst ja nicht mein Gehuste hören. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, jetzt ist die Zeit, dass wir uns dem inneren, unverletzten Kind zuwenden. Und dazu habe ich vor zehn Jahren schon mal eine innere Reise gemacht, eine Meditation. Da lag ich nämlich so im Bett, habe meditiert. Und auf einmal hörte ich eine ganz klare, sehr, sehr liebliche Stimme, die sagt, wir sind jetzt dran. Da habe ich gesagt, aha, wir, 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 wer sind wir? Wir sind die noch nicht inkarnierten inneren Kindanteile, also innere Kinder, die noch nie auf der Erde waren und die deshalb nie getrennt waren von sich selbst, von dem Zustand der Einheit mit sich, von der eigenen Seele, vom eigenen Bewusstsein. Einfach noch nie getrennt. Heißt auch noch nie inkarniert. Also noch nie diesen Zyklus hier durchgemacht. Das heißt noch nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich so gefragt, es fühlte sich an wie Engel, aber nicht ganz wie Engel. Da fehlte dieses, Engel haben oft so eine Wucht, so eine, so eine, so eine, es sind halt Botschafter. Die haben halt was zu sagen. Das ist nicht so liebevoll, sondern ich erlebe Engel durchaus als sehr machtvoll, voller Wucht, voller Ernsthaftigkeit, voller Hör zu, wir haben dir etwas zu sagen. Das fühlte sich wirklich kindlich an, auch emotional. Das spürst du vielleicht, während ich jetzt drüber rede, sanft. Nicht wie ein Engel. Bestimmt denken jetzt einige, was sagt dir denn, Engel sind doch sanft. Ich erlebe Engel nicht als sanft, ich erlebe sie als äußerst machtvoll. Und das war nicht machtvoll in dem Sinne von, ich bin da, ich habe was zu sagen, wie ein Engel das tut, wie ich Engel spüre, sondern jetzt wird es Zeit für uns. Wir können jetzt kommen. Und da habe ich gefragt, okay, wie nennt sich denn diese Ebene der inneren Kinder? Das war wirklich viel. Viel Energie. Und dann hörte ich, wir sind die Paradieskinder. Und mit Paradieskind ist gemeint, wir sind niemals aus dem Paradies, sprich aus der Einheit mit uns selbst vertrieben worden. Und es wird Zeit, dass wir jetzt auf die Erde kommen. Und darüber schreibe ich jetzt gerade ein Buch. Welche Kräfte haben die, wie können die uns helfen, hier auf der Erde, wie können wir sie rufen? Was muss dazu passieren mit Meditation, mit allem drum und dran? Ein paar der Meditationen veröffentliche ich auch in der Kristallquelle, also in dem Mitgliederbereich. Wenn du da Lust hast, kommst du da einfach rein. Kannst du monatlich weinen und monatlich natürlich auch wieder raus. Würde mich sehr freuen. Und das befriedet und begeistert mich gerade sehr, fordert mich auch sehr heraus, weil ich immer im Hinterkopf habe, ja, 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 aber dieses Paradieskind ist nicht dazu da, die ungeliebten, schmerzlichen inneren Kinder wegzuschieben. Das ist kein Trick, ja, es ist kein Trick. Ich stehe wirklich für und ich trete wirklich dafür an zu sagen, da wo es weh tut, da gucken wir hin. Da klatschen wir nichts drüber. Noch nicht mal Quantenheilung oder irgendwas. Wir gucken dahin. Warum? Warum? Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind auf dem Weg in die Einheit mit uns selbst. Und das bedeutet, alles, wo wir uns von uns selber abgetrennt haben und es sind nun mal die schmerzlichen Bereiche, da wo es richtig weh tut, da wo wir fragmentiert sind, da wo wir gar nicht hingucken wollen, da wo die Scham sitzt, ja, das ist, oh, da sind wir von uns abgespalten, davon rede ich, davon rede ich, ja. Das ist nicht nur was Spirituelles, es ist auch was zutiefst Emotionales, Menschliches, ja. Überall da, wo wir sagen, an der Stelle halte ich mich nicht aus, halte ich das, was ich fühle, nicht aus, sind wir von uns abgespalten. Und genau an der Stelle geht es darum zu sagen, ich setze mich mal zu dir. Ich setze mich mal zu mir selbst hin. Wie Aurea Mountain Dreamer in ihrer Einladung sagte, ich bleibe in meinem eigenen Feuer stehen, das ist Feuer, da wo es wehtut, da wo die Scham brennt, das ist das eigene Feuer. Nicht nur die Kraft, auch da wo es wehtut, da bleibe ich mal stehen. Und dazu braucht es diese intensive Hinwendung zu sich selbst, zu den Anteilen, die verletzt sind. Und das sind nun mal meistens Anteile, die in der Kindheit verletzt wurden. Warum in der Kindheit? Na, weil wir da abhängig waren und uns nicht wehren konnten. Es geht nicht darum, alles auf die Kindheit zu schieben. Es geht darum, dass wir da, wo wir uns von uns selbst abgetrennt haben, hingucken und sagen, okay, ich bin jetzt da. Ich fühle das, ich bin da, ich sorge ab sofort anders für mich und ich nehme diesen Teil zu mir. Ich nehme ihn nach innen, ich nehme ihn zu mir, ich fühle ihn, ich hüte ihn, ich will was mit mir selber zu tun haben, egal wie sich das anfühlt, wo ich gerade bin. Das ist mir heilig, kann es nicht anders sagen. Das ist mir heilig. Ich glaube tatsächlich, das geht nur so. Das liegt natürlich an der Berufung, an dem Auftrag, den ich habe. Natürlich glaube ich, es geht nur so, das heißt nicht, dass das stimmt. Aber für die, die sich davon gerufen fühlen, also für dich, lass dich davon nicht abbringen. Wenn du spürst, ja, für dich geht es so, das ist dein Weg, dann geh ihn. Ja, dann geh ihn. Wie gesagt, ich schreibe gerade ein Buch über dieses. Ich nenne es nicht Paradieskind, ich nenne es ein bisschen anders, weil Paradies laut Verlag eventuell wieder irgendwas Kirchliches irgendwie an sich haben könnte, sehe ich jetzt nicht so, aber da diskutiere ich natürlich nicht, muss ich auch nicht. Jetzt ziehe ich euch aber nach dem ganzen Vortrag, Statusbericht von mir, mal noch eine Karte aus dem Kartendeck, das ich schon längst gemacht habe. Und da geht es um Engel, lichtvolle Botschaften aus der Welt der Engel. Das habe ich zusammen mit Renate Baumeister gemacht. Sie hat die tollen Engel gemalt, die Lichtwesen. Ich habe die Texte dazu geschrieben. Und wenn ich Texte schreibe, dann meine ich, ich habe die Engel gefragt, was wollt ihr uns denn sagen? Und habe das kombiniert mit dem, was ich selbst in vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten der Lichtarbeit, der Therapie, der eigenen Erfahrungen, des Channelings, der Meditationen, des Schreibens für mich selbst erarbeitet habe und herausgefunden habe und das, was euch hilft. Und jetzt ziehen wir mal eine Karte ganz speziell für dich. Und wenn du dabei sein möchtest, sagen Sie ein, seien Sie dabei, seien Sie dabei. Wenn du dabei sein möchtest, also wenn ich dich mit in die Community reinnehme, in das Feld, dann bitte ich dich jetzt um ein Like oder um ein Herzchen, um ein Kommentar, um irgendwas. Eine Handlung symbolisiert ein Ja. Du kannst mir auch geistig ein Ja geben, aber ich habe hier ja auch gerade eine Handlung. Und auf der Ebene der Handlung, auch eine Karte zu ziehen ist eine Handlung, auf der Ebene der Handlung verstärkst du dein Feld durch eine Handlung. Also bitte gib dem Ganzen ein Ja, ein Like, ein irgendwas. Abonnier gerne auch bitte den Kanal, wenn du da Lust dazu hast. Also jetzt hier den YouTube-Kanal. Das hilft dann natürlich auch, den anderen mich besser zu finden. Und mir hilft es auch. Und mir hilft es nicht nur, es macht mich wirklich total glücklich, wenn ich sehe, wenn ich hier was reingebe, dann wollt ihr das auch. Und während du dich hier mit mir verbindest, verbinde ich mich mit dem Feld all derer, die sich jetzt hier einklinken. Und ich bitte euch, da bist du. mutig und kühn. Entscheide mutig und kühn. Worum auch immer es jetzt also in deinem Leben gerade geht, entscheide mutig und kühn. Für alle unter euch, die sich mit Zahlen auskennen, die Numerologie lieben, das ist die Nummer 16. Und ich werde jetzt genau diese Nummer 16 aus dem Büchlein auch vorlesen. Ich werde oft gefragt, warum weißt du deine eigenen Texte nicht? Naja, weil ich so viele Texte schreibe, dass die, wenn ich sie geschrieben habe, einfach abgeliefert sind. Dann vergesse ich die. Die Engel des Mutes schenken dir die Kraft, deine Komfortzone zu verlassen und voll und ganz in dein Leben einzutauchen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Situation, um die es im Moment gerade geht. Wenn es also irgendwas gibt, wo du spürst, oh, das ist damit gemeint. Dann denk da jetzt mal bitte ganz fest dran. Fühle, was du fühlst. Nimm wahr, was du darüber denkst. Also lass mal diese Situation in all ihrer Komplexität oder Langweiligkeit oder Einfachheit oder Schmerzhaftigkeit oder Angst oder was auch immer, ja, Zögerlichkeit, lass die einfach mal vor deinem inneren Auge jetzt erscheinen. Denk da dran. Nimm diese Angelegenheit jetzt fest in deine Hände. In deine Arme. Stell dir vor, du umarmst diese Angelegenheit. Atme sie tief ein, auch mit all deiner Angst, falls du Angst hast, falls du Angst hast. Also sag mal Ja zu der Situation im Sinne von, ich nehme die jetzt mal. Ich verdränge die nicht. Ich kontrolliere die auch jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Gedanken oder mit irgendwelchen Plänen oder verschiebe die wieder oder renne zum Kühlschrank und schiebe ein Stück Schokolade oder Käse drüber, sondern nein, nein, nein. Lasse dich einfach mal gerade mal so, wie sie es fühlen. Nimm sie gerade mal so, wie sie es in dich auf. Wie wir eben gerade besprochen haben. Werd mal eins mit ihr. Sie ist ein Teil von dir. Nimm sie gerade mal in dich auf. Egal, wie blöd sie sich anfühlt. Und jetzt stell dir vor, du bist hier. Da ist diese Lichtsäule, da ist dieses Licht. Da trittst du jetzt mal bitte mitten hinein in Gedanken. Mit dieser Befürchtung, der Scham, der Angst, der Unsicherheit, der wie soll ich das denn? Mit allem, was da gerade so in dir ist. Geh mal hinein, mitten in dieses Energiefeld der Engel. Mitten in dieses Licht. Mitten hinein in das Energiefeld der Engel, die dir Mut schenken wollen. Oder in eine Lichtsäule, die dir Mut spendet. Und wir rufen die Kraft des Mutes zu dir. Mut heißt nicht, du hast keine Angst. Das haben wir unterdessen verstanden. Mut heißt, du machst es trotzdem. Wir rufen Mut. Wir rufen die Kräfte des Mutes. Und schau, wie verändert sich deine Angelegenheit? Was würdest du tun, hättest du den Mut dazu? Lass dich das mal wahrnehmen. Denn schau, es braucht Courage hier auf der Erde zu leben. Es ist eine große Herausforderung, geboren zu werden und die eigene Schöpferkraft wirksam werden zu lassen. Sie am eigenen Leib zu erfahren, zu fühlen, die Konsequenzen zu tragen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Jetzt lege ich mal mein Buch da beiseite und sage dir mal was. Den größten, wichtigsten Schritt des Mutes hast du schon längst gemacht. Du bist auf der Erde. Sich hier auf der Erde zu inkarnieren, ist das Mutigste, was man als Seele überhaupt nur tun kann. Denn hier auf der Erde erlebst du die Getrenntheit von dir. Du erlebst den Tod. Du erlebst die Form. Du erlebst, du kannst dich angucken. Entschuldige. Du kannst dich angucken. Du erlebst Trennung, indem du dich beurteilst, indem du beurteilen lässt. Du erlebst Geldmangel. Du erlebst den Verlust von Liebe. Du erlebst Zeug, das einem ganz schön umhaut. Und das weiß man, wenn man hier antritt. Und wir wissen auch, dass wir hier sind, um genau das zu erfahren, damit wir lernen, egal was passiert. Ich bin da. Ich bleib genau hier sitzen, bei mir. No matter what. Mutiger kannst du nicht mehr sein. Du bist geboren worden. Mehr Mut brauchst du. Also mehr Mut musst du im Prinzip nicht beweisen. Aber jetzt sagen dir halt hier die Engel, ah ja, bisschen mehr Mut geht schon noch. Nimm deine Angelegenheit in deine Hände. Lass dir von uns Mut spenden. Ich gucke gerade mal, ob wir hier irgendeine Info darüber kriegen, wie das dann ausgeht. Ob es da ein Ergebnis gibt, ob es da eine Info noch gibt. Irgendwas, was dir jetzt noch helfen könnte. Was noch eine Frage beantworten könnte. Oder auch wenn du merkst, naja Susanne, das war ja ganz nett, aber das hat mit mir jetzt gerade mal gar nichts zu tun. Was hat denn dann was mit dir zu tun? So ihr Lieben, wir brauchen euch nochmal. Transformation. Eine vollständige Wandlung will geschehen. Da vorne ist der Schmetterling drauf. Der Imago-Prozess, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Was bedeutet Wandlung? Wie geht es? Wie transformiert sich die Raupe in den Schmetterling? Habe ich sie irgendwo? Nein, der Imago-Prozess, falls dich das interessiert. Imago heißt der Prozess der Transformation der Raupe in den Schmetterling und die können wir hervorragend auf uns übertragen. Also hier Transformation. Eine vollständige Wandlung will geschehen. Und die Numerologie, die Zahl ist die 41, eine Primzahl. Ist also nur durch sich und eins teilbar. Das heißt, es geht darum, jetzt wirklich eins mit dir zu werden. Also, es gibt irgendeine Angelegenheit, da brauchst du Mut, um sie zu wandeln, damit deine Transformation geschehen kann. Schreib mir mal in die Kommentare, was das ist. Das würde mich wirklich total freuen. Finde ich mega spannend. Und wenn du ein bisschen mehr Support und Unterstützung von mir gerade brauchst, komm in die Kristallquelle oder klick dich einfach durch meine Videos. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Videos gemacht. Gerade schreibe ich ein Buch. Wenn du aber mal wieder ein Coaching brauchst, dann darfst du dich ab November von Herzen gerne bei mir melden. Guckst einfach auf meine Seite, susannehyn.de, einfach Google, dann findest du mich unter individuelles Coaching. Kannst du gucken. Was immer du von mir brauchst. Ich begleite dich von ganzem Herzen. Aber wie gesagt, ab November wieder. Hier mal noch zwei Termine, nur mal so. Wenn du mir bis jetzt zugehört hast, dann freut dich das vielleicht. Dann interessiert dich ja offensichtlich, was ich dir erzähle. Ich bin am 12. Oktober in Königstein bei der Lebensfreude-Messe mit einem Vortrag mittags, ich weiß nicht genau wann, über Seelenpartnerschaften. Darüber, wie du erkennst, ob eine Beziehung gesund ist, ob sie ungesund ist, was du machen kannst. Also in den Dualseelen-Geschichten gibt es da immer so einiges. Und abends gibt es einen Workshop der Zaubergarten des inneren Kindes. Heimat finden für das innere Kind. Am 12. Oktober, Lebensfreude-Messe in Königstein. Und am 13. Oktober, da laufen die Schirner Tage in Darmstadt. Die laufen vom 11. bis zum 13. Ich bin aber eben wegen dieses Samstages nur am 13. da. Und da bin ich einfach da. Da kannst du mit mir quatschen. Da kannst du mich ansprechen. Und ich signiere dir auch ein Buch, wenn du magst. Und da gibt es auch einen Vortrag von mir irgendwie um 10 nach 3 oder sowas. Auch intuitiv dann allerdings. Zum Thema inneres Kind. Warum immer inneres Kind? Na, weil es mich halt einfach am meisten ruft. Ist einfach so. Es ruft mich am meisten. Weil es immer noch so viel Quatsch über das innere Kind gibt. Muss ich wirklich sagen. Ich höre so häufig Leute sagen, ja, ich habe mich schon ums innere Kind gekümmert. Und dann kommen sie genau mit den Themen, wo du merkst, ja, das ist aber genau das innere Kind. Da denke ich, ja, hm, hast du. Aber da, wo es richtig wehtut, wo die Scham ist, wo die Abspaltung von dir selbst ist, da halt vielleicht noch nicht. Und da bin ich für dich da. Ja, bin ich. Weißt du auch. Spürst du auch. So, ihr Lieben. Da lassen wir es jetzt mal stehen. Bis ganz bald. Vielleicht sehen wir uns ja im Oktober. Würde mich wirklich von Herzen freuen, dich mal live zu sehen oder auch live wieder zu sehen. Also, ihr Lieben, es war mir eine Freude und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Vielen Dank.